Hey, wieso geht's jetzt nicht? 2 Stück Was? Jetzt möchte ich noch reinhauen Hier liegt's, Max. Was für Munition braucht ihr? Braucht jemand 5er Munition? Nee Ich brauche 7er Munition, unbedingt 7er hab ich Kannst du? Wir geben Mag jemand 8-fach Visier? Ja, kann ich auch Kannst 4er Visier haben, wenn du willst Mir Fritz Nee, ich hab 4er drin Ah, ich hab auch noch einen 4er Noch 1er 9er Munition Wer brauche ich selber? Ich hab auch noch 5er Munition In dem Buch Wenn rot für roten Punkt ist, wenn jemand will Hier liegt eins Da kommt einer Ausgenockt Achtung, da sind noch 2 Kommt drauf Der heilt den Der heilt den Leute Der heilt den Guckt von hinten In der Halle 2 Zwei hab ich Ausgenockt Wo ist der andere? Ah Ah, beide dann, oder? Nein, ich bin schon mal Hinter der Halle gewesen, pass auf Der der Markus wird geknallt Passt du Flüth Wo seid ihr? Habt ihr Vorbereingang im Ding? Wir leben gerade Markus wieder Mach dir erstmal wenigstens rein Habe sie alle Habe sie alle Boah Der ist nur Fritz Vorkoller Der hat auch ein Ding Mit 5er Munition aber ohne Hände Oh Gott Oh Gott Was hat denn da Tolles? Gar nichts Neuner Munition Und Sebener Geil Und Oh der hat eine UMP Die würde ich gerne nehmen anstatt der Uzi Okay Die Uzi Die Uzi ist auch nicht schnell Äh nicht schlecht Aber Da hab ich jetzt komplett Also der ist noch in einem 3er Rucksack Auto? Ohne 4er Visier Ja ein Auto Red Bull hat der noch 4 Nehmen wir doch das Zeug nicht Max, der hat auch noch Sachen Hier Da liegt auch noch Was hab ich denn da Bier? Ist ja voll Die Hände auch noch Erste-Hilfe-Koffer hätte Der nehmt schon mit Hey ich hab gar kein Ding Was? Habe sie Neuner Munition Ja du gib mal erst die Hilfe-Koffer Ich hab nur eine Max Wieso kann ich nichts nehmen Das gibt's ja nicht eh Das hab ich gerade geholt Ja dann schmeiß er einen raus Machst du das eins? Is strong Und dann raus zieh Okay Okay, alles. Ihr habt noch 4 Revolte drin. Hört's aufgenommen. Du. Ich hab genug jetzt. Also wie gesagt, der 3er Rucksack, danke Fritz. Bitte, hab ich doch gesagt. Will jemand für euren Schalldämpfer für die Sniper? Ich hab keinen Sniper, Schnucki. Mach's einfach raus, raus nicht. Fertig haben raus, Adieu. Auf dem Fall haben sie alle genügt. Müssen wir schauen, wie man weitergeht. Habt ihr beide Pfannen? FG offen. So, jetzt wo lang? Die Süßen Dallern, oder? Ja. Wir haben ja Auto, Mann. Wie weit mögen wir? Klar, da runter. Also wir können laufen, oder wir können nicht laufen. Was werden wir? Wie groß ist die Zone? Nicht so weit. Komm mal, lauf. Bessere Farbe. Okay. Und nur gucken. Ach, du bist da unten. Bist du da unten? Bist du da unten? Bist du da unten? Bist du da unten? Ich sehe keinen. Die ist an der vorherriege wie das hier? Ich habe da nur so einen Rotpunkt. Hä? Die hat den anderen halt der Vierer, oder? Der hat mir dann ein Viererfachvizier. Ich hab immer drüber gesprochen. Hä? manchmal anhörst ja 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 einfach schauen siehst du was ja ja auch nicht so ein bisschen rufe mir egal Punkt bleib dann nicht auf der Straße bleib am Rad von der Straße Fritz mach ich aber rechts ja ja da vorne im Ding hätte er vierfach nein doch, hundertprozentig da vorne war beide Läge der linke hätte eins wundertprozentig wundertprozentig also hinten ist nur einer deswegen also ich seh nix du Fritz mhm ah das ist halt alles reingehoff ist jetzt ziemlich heiße was wir da rumrennen ja, regelhaft aber schieße gerade du auch? ne jetzt ja fall dich auf uns? ne ja auf dem Markus an der Warte doch auf uns hä von wo? kann sie sagen ja auch nicht ich sehe nix kommen wir gerne rüber wirst du wirst du? da hab ich ja da bist ja das ist mir heute hat sie sich trafen? ja hast du auch nicht mitgekriegt woher oder? nee ich glaube Eiswege? äh mir sagt das gerade woher unten läuft einer wo wo? äh bei mir ist Richtung 300 nord west recht ja genau da sind wir gewesen in den gelben Häusern dort in der Nähe warum? da ist es doch ja irgendwie schon ja gut zu euch ja 300 nehm du in Paint Hunt recht jetzt für mich aus gut zu euch das ist jetzt ein LKW LKW? ah ja da ist er ah ja da ist er der alleine ja mach ich gleich rüber oh nein er hat mich abgefreckt scheiße schick hey gerade in dem Moment geht er hoch wenn ich herangege ja Max schieß mal auf den schieß mal auf ihn schieß mal auf ihn schieß mal auf ihn einfach schieß zum Ablenken er müsste Fritz wiederbeleben schieß schieß einfach merci ich weiß gar nicht wo er ist schieß einfach in die Richtung jawohl nice ah fuck ey kann ich sehen Fritz komm lauf du uns wahrscheinlich 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 komm da rein u der penner er ist nie äußert gerade glaube ich ich sehe ihn nicht mehr naja ist von der anderen Seite Manni genau uns gegenüber ok nochmal Die Hügel gegenüber, aber ich spiele mal. Na ja, ich sehe es. Ich schaue hin, aber ich sehe es nicht. Der Penner. Pass auf, der sonst noch nicht umläuft. Markus läuft bei dir. Links von dir, hinter dem Hügel ist er. Ich gehe rechts rum. Essen, die Hügel ist ja gerade. Eine Uhr ist genug. Boah, die Hügel ist genug. Eine Uhr straut. Der andere ist direkt hinter dem Baum. Die Hügel ist noch dran. Der andere ist direkt hinter dem Baum. Meine Güte, ey. Habt ihr den, hinter dem Baum? Dummenschette, Max. Bitte, da waren wir der eine, die müssen wir noch haben und laufen sonst. Der hinter dem Baum, der ist direkt hinter dem Baum gewesen. Ja, der ist wieder rüber, glaube ich. Direkt auf 210. Achtung. Zwei haben die Uhr ist genug. Da ist er. Da ist er. Achtung, in dem Auto. Fritza kommt. Jawoll, sechs Kills. Leck mich aber aus. Alle tot. Nein, belegen wir es halt bitte. Was, ich auch tot. Oh mein Gott. Aber schnell in der Leben. Die Zone kommt. Oh ja. Ja, ich hab ein paar tot, Max. Wenn die Zone kommt, killt sie mich direkt. Kann sein, wenn die Zone kommt, bist du tot. Leute, komm mit. Die Zone kommt. Ja, komm. Da kommt der Auto. Ja. Ab ihn, ja. Dauern sieben Kills. Jetzt. Da kommt ein Auto. Der hat auch erste Hilfe. Alles debil, Leute. Hol doch das Zeug. Okay. Was ist mit der AK los? Mit dem Scheißschalter? Das geht kein Tod. Drei Cola, äh, drei Energy Drink und zwei haste Hilfe Koffer dabei. Ja, der Rest kann der Markus mit der NMT. Hey, lass uns da raus. Lass uns da raus. Das ist das Querde. Oh je je je. Oh, die schießen da draußen. Während im Schali durch ging die Leute nicht tot. Wir sind nicht sehr, ne? Ja, wir müssen weiter. Weizunger. Da hat ein Auto da alles stehen gelassen, gell? Ja, egal. Komm mal, zu dem Traktor. Ja, ich bin unterwegs. Da kommt keiner von rechts. Ich sehe keinen. Traktor ist immer safe? Ne, leider nicht. Oder? Ah, genau wie der Heuballer, ja. Warte, ich bin auch nicht safe. Immer noch nicht. Vielleicht immer noch gestrichelte Linie an, Fritz. Ja, ich weiß es. Jetzt bin ich safe. Ich muss aufpassen, links hinter dem Hügel sind bestimmt welche von uns. Aber ist die AK schwerer, wenn du da einen Schalter drauf hast? Haben die alle noch angeschossen? Feldherr irgendwo. Echt? Echt? Ja, na, ja. Da hinten. Best wäre ich. Äh, 330. Neufest. Ja, 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 ja. Nichts machen. Macht nichts, ja. Ich bin Schaltdämpfer. Wer schießt du? Mann! Ich habe Schaltdämpfer. Du auch, Mann. Jetzt wissen sie wieder, wo wir sind. Jetzt sterben wir wieder. Max, hör doch auf. Am Stein vorne, ja. Am Felsen, ja. Am Felsen. Am Stein vorne, ja. Am Felsen, ja. Am Felsen. Neun Kills. Hohohoho. Hey. Neun Kills, ja. Ja. Oberfett. Guck mal, mach nur drei, Fritz. Wir haben alle die Platten gemacht dort. Wir haben nur zwei Kills. Wir haben nur zwei Kills, aber. Wir können auch hoppen. Das andere. Nein. Also rechts von uns sind auch noch keine. Wir sind doch schon bei der Streit im Abkrieg. Die Leute nicht. Ach, Leute. Die ganzen Leute und die Kills, ich habe ja auch angeschossen, aber. Nein, das ist der andere Krieg. Nein. Die ganzen Leute nicht tot. Unbedingt Mofa, Mofa. Ach, die Leute, die können ja überall Lüge erleben. Ich habe schon ein Auto reingemacht. Die können ja überall Lüge noch zu sagen. Ich habe schon ein Auto reingemacht. Immer noch nicht safe. Ach, Mann. Ich habe schon mal den Kass. Ich habe auch ein Auto reingemacht.